Meine Verehrung, ich möchte heute eine kleine Produktplatzierung machen und zwar voll stolz, ich kann es nicht oft genug sagen, den ersten Band, Original Wiener Literatur, halte ich in Händen. Für die, die es noch nicht kennen, möchte ich sagen, das ist ein Groschenroman, der es in sich hat. Zwei Typen aus Simmering, aus meinem Stammbeißl, haben da über mich eine Geschichte geschrieben und haben darauf bestanden, dass meine Musik in meinem Leben spielte eine große Rolle, auch im Buch mit dabei ist. Und zwar ist die in Form von einer CD, selbst gebrannt, hinten eingeklebt. Das heißt, die Lieder spüren da drinnen eine Rolle und haben für Verwirrung gesorgt, durchaus. Aber schlussendlich, nachdem ich lebendig vor euch sitze, ist alles halbwegs gut ausgegangen. Klammflig und klimpflich sozusagen. Wer es selber in der Hand haben will, wir haben einen Shop, wo man das bestellen kann. Ansonsten lese ich ganz gern immer wieder was daraus vor. Aber noch hätte nicht. Schönen Tag noch.